Als du hast zum Feindlgefährten, das habe ich schon gesehen, aber enttäuschen wir jetzt heute Mittag. Und traditionell heißt natürlich auch nachmittags der Musikverein aus Otterschwang. Otterschwang, der Musikante, die Bucksframen weg, sonst pfeift sie mir im Ohr. Mit unserem Frontmann, unserem Dirigent Rainer Schönholzer. Rainer, zeig dir, so sieht das aus. Und wir freuen uns, dass wir wieder da sein dürfen. Das Brunnenfest vom Gesangverein in neuem Konzept, mit neuem Ausschank und so weiter. Aber man hält an Traditionen natürlich fest und das machen wir und begrüßen jetzt mit dem Stück aus dem Grand Prix der Volksmusik. Grüß Gott, ihr Freunde. Dazu viel Spaß und gute Unterhaltung in den nächsten Stunden. Und wir alle gucken im Moment nicht nach oben, es wird ein wenig dunkel. Neu, also, ich guck dir nur in die Augen. Einwandfrei. Also, machen wir weiter so. Und die große Bedienung. Oh, ja, ja. Komm schon! Komm, komm, hier gehts vom Auto-Mex . Apropos und da gehts vom Auto-Mex . Grüß Gott, ihr Freunde aus nah und fern. Es ist so schön bei euch, wir ham' euch gern. Drum spielen wir für euch die schönsten Melorien, von München bis Berlin, von Leipzig bis nach Wien. Seid fröhlich und vergnügt, weil das die Stimmung gibt, freut euch des Lebens, das ihr habt auf dieser Welt. Grüß Gott, ihr Freunde aus nah und fern. Es ist so schön bei euch, wir ham' euch alle gern. Auf geht's! Drum spielen wir für euch die schönsten Melorien, von München bis Berlin, von Leipzig bis nach Wien. Seid fröhlich und vergnügt, weil das die Stimmung gibt, freut euch des Lebens, das ihr habt auf dieser Welt. Grüß Gott, ihr Freunde aus nah und fern. Es ist so schön bei euch, wir ham' euch alle gern.